einen wunderschönen guten morgen in diese woche an diesem montag das wünsche ich euch allen herzlich willkommen wenn ihr das erste mal seid willkommen zurück wenn ihr schon wieder da seid ihr seht ich habe heute wieder meinen ironischen da sind doch wieder einige meldungen draußen unterwegs mein gott da kann man wirklich nur mit dem kopf schütteln und das nicht nur für bitcoin auch 500 prozent preisziele bei v chain und ethereum zu the moon und litecoin sowieso alles geil alles super alles nah ist im endeffekt ist doch nicht wirklich was passiert leute regt euch nicht auf alles ist gut ich muss mich auch ein bisschen abregen und hier haben wir jetzt ungefähr das worauf wir gestern schon geachtet haben ich habe gesagt dass das ein schönes w sein könnte es sieht so aus als bilden wir dieses das wäre natürlich ein träumchen wenn wir die nackenlinie brechen weil bei 4160 ungefähr ab die wilde fahrt weg die wilde du zieht und wie es sieht gar nicht so schlecht aus denn wir haben hier genau das wovon ich immer rede ausbruch breakout weiter hoch jetzt gerade getriggert bei 4137 ungefähr könnte man hier den long nehmen richtung rote linie dann sehen was hier passiert stop loss of break eben was weiß ich oder hier in stück unter die goldene linie hier irgendwo wenn wir noch mal hier bullen flagge bilden oder was weiß ich dass wir nicht sofort ausgestoppt werden und dann weiter hoch auch hier im grunde genommen ist das ein vierfach boden und zwar 1234 jedes mal aufgeschlagen hier auf dieser goldene linie die ist also ein träumchen relativ valide ausbruch erst über diese hier da hätte man es schon probieren können und jetzt über die nächste für mich ist die korrektur bei ethereum genauso wie bei bitcoin eindeutig vorbei von daher einfach mal auch hier auf blauen dunst bin ich jetzt hier reingesprungen als ich gesehen habe dass wir diese goldene linie retesten 4100 und 10 ungefähr auch hier sieht das ganze für mich gut aus alles die bitoppi alles in ordnung auf dem weg nach oben müssen wir jetzt eigentlich nur darauf achten dass wir diese rote linie hier nach oben hinbrechen 4170 ist das und dann steht hier eigentlich nicht mehr sehr vielemw 4250 noch kurz und dann hier und der wick ganz nach oben sieht gut aus wie sieht es aus bei litecoin ähnlich wir sind auf dem weg auf einem guten weg 1234567 jetzt gerade der achte auflagepunkt auf dieser goldenen linie und goldene möglichkeit voraus sobald wir die nach oben hin durchbrechen ähm werde ich auch hier den long nehmen in richtung marke 200 und danach bei acht und weiter aufsteigend plus platziere ich hier ungefähr 184 sieht für mich super aus im moment alles bei litecoin kein grund sich also meiner meinung nach sich sorgen zu machen auch hier auf dem vier am besten noch zu sehen auf dem acht stunden time frame haben wir diese marke von 190 nie unterschritten das ganze war dann ein triangle und zwar so gebildet und wenn wir nach oben hin ausbrechen sieht das sehr sehr gut aus bei xp da haben wir auch so einiges gelesen in letzter zeit eine ssi und klage hier und da sechs milliarden prozent kurspotenzial jetzt sofort anschauen bei dem ist gar nichts passiert nämlich gar nichts gar nichts gar nichts im endeffekt haben wir uns hier seit dem 7 april nicht einen einzigen cent von der stelle bewegt natürlich hoch runter zwischendurch konnte man irgendwie was machen jetzt gerade keine möglichkeit immer noch nicht solange wir die goldene linie hier nicht nach oben hin brechen die verläuft aktuell ist mittlerweile immer weiter absteigend jetzt bei 1 12 ungefähr das ist eine co-influenz dann logischerweise mit dieser grünen linie brechen wir beide es sind nämlich auch hier die long richtung rot richtung rot das wird dann noch mal eine harte nummer hier aber wenn wir das nach oben hin durchstoßen dann sieht es auch sehr gut aus das old time high cardano mal 0,7 prozent plus jetzt haben wir auch hier ein breakout über dieser in grünen linie hier mit einem retest und weiter hoch würde ich jetzt hier schon in cardano rein springen naja ich sag mal so zieht alles nach oben wird cardano sich auch nicht dagegen wehren können mit nach oben gezogen zu werden wir hatten diese breakouts jetzt schon öfter das sehen wir hier breakout nach oben ausbruch wieder runter breakout hier wieder breakout nach oben runter gezogen breakout nach oben und runter gezogen breakout nach oben und runter gezogen jetzt ein breakout nach oben kriegen könnten wir mitnehmen aber ich weiß nicht wohin das wäre super wichtig jemand anderes level auf dem weg nach oben zu brechen und das wäre die 228 und danach die 238 wenn wir mal hier drüber sind hier über 238 dann sehe ich auch all time high wieder kommen jetzt gerade könnte man das natürlich versuchen aber wie ich gerade gesagt habe das haben wir in letzter zeit sehr sehr öfter gewählten gesehen und im endeffekt nur eine seitwärts bewegung gehabt nichts desto trotz jetzt gerade in just in this second die möglichkeit hier in diesen trade hinein zu springen mit einem engen stop loss wenn wir es endlich mal schaffen ein bisschen weiter immer schön stop loss nachziehen bei wie chain haben wir ebenfalls eine trigger möglichkeit jetzt gerade ausbruch retest und dann über diesen punkt hinaus hier ist die möglichkeit in diesen trade hinein zu gehen ziel rote linie stop loss relativ eng hier unten irgendwo auch hier sieht das ganze gar nicht so schlecht aus bei wie chain solana macht was macht nämlich nicht 0,5 prozent im minus aber im endeffekt ist das hier super und das ist eine tolle möglichkeit ausbruch über gold gleichzeitig der ausbruch über grün und jetzt gerade der retest der muss soll halten 200 super wichtige marke wenn wir jetzt weiter hoch ziehen ist auch hier die möglichkeit gegeben das sieht mir aus wie eine schöne bullenflagge das können wir so ein zeichnen so wie ihr möchtet egal im grunde muss die ganze nummer auch preis egal wenn wir diesen punkt hier überschreiten dann ist auch für mich die möglichkeit bei solana hier herein zu springen und ein paar gains bei diesem coin mitzunehmen stop loss hier irgendwo 84 oder was sieht ganz gut aus und jetzt der wichtigste coin von allen shiba inui alles klar 8 prozent im plus holy moly alles super alles tippitoppi alles klasse ja also was haben wir gemacht ausbruch retest hier das alten all time highs und jetzt weiter hoch aktuell auch hier über dieser roten linie das sehen wir besser auf dem einen stunden chart so ausbruch über rot retest von rot wenn wir jetzt weiter hoch ziehen auch hier die möglichkeit ungefähr bei 0,0000000000000395 in diesen trade hinein zu springen um dann gains mitzunehmen auf 0,000000000004 ich hoffe das war verständlich sollten wir nach unten hin mal diese goldene linie hier brechen jo dann wäre ich definitiv aus diesem trade heraus und würde meine in anführungsstrichen gains wenn sie denn incoming sind dann hinnehmen wenn euch das ganze gefallen hat vielmehr gerne einen kommentar für den algorithmus ein like und wenn ihr keine abonnenten seid Leute jo dann wollen sie auch nicht mehr dann geht jetzt wenigstens mal hin und drückt den abo mal dann geht das ihr 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 ihr